Hallo, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um das Thema Potenzial. Und warum die meisten ihr Potenzial nicht wirklich leben und womit das zusammenhängt, das möchte ich in diesem Video kurz erklären. Also, bleibt dran! Okay, wie eben erwähnt, geht es um Potenzial. Und da finde ich immer ganz wichtig, dabei zu wissen, dass wir alle ein ungeheures Potenzial in uns haben, die meisten das aber nicht leben. Aus welchen Gründen werde ich gleich noch erörtern. Und wir letztendlich auch gar nicht, selbst wenn wir auf dem Weg sind und wollen herausfinden, welches Potenzial wir haben, tja, dass wir selbst da noch nicht wirklich wissen können, was für ein ungeheures Potenzial wirklich in uns steckt, das kommt erst dann zum Tragen, wenn wir wirklich über Grenzen gehen, wenn wir uns erforschen, wenn wir Persönlichkeitsentwicklungen machen, wenn wir entdecken, warum wir gewisse Dinge tun, um es dann eventuell abzustellen, um dann den nächsten Schritt zu tun. Also, ich kann euch nur verraten, es steckt so viel in euch drin. Und warum das momentan vielleicht noch nicht ganz so raus will, das wollte ich euch kurz erklären. Also, ich komme mal wieder zu meiner künstlerischen Tätigkeit als Maler und Zeichner. Okay, also, wir nehmen mal an, das hier seid ihr zu eurer Geburt. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera, das ist etwas klein gezeichnet, aber ich glaube, dass es geht. So, und wenn ihr euch normal entwickelt hättet, dann, das ist eure Entwicklungszeit, wäre irgendwann euer volles Potenzial entwickelt und ihr könntet es leben. So, in dieser Phase hier sind allerdings so ein paar Sachen leider in eurer Entwicklung dazwischen gekommen. So, und deswegen sieht das Ganze nämlich so aus. Und zum einen drückt hier oben E für Erziehung. Das heißt, hier kam die Erziehung dazwischen zu eurem Potenzial und dadurch wurde es schon mal verändert, beziehungsweise auch in den meisten Fällen gedrückt. Das heißt, ihr wurdet kleiner gemacht in dem, was ihr seid. Es kommt aber auch noch ein zweiter Punkt hinzu. Und das ist das G für Gesellschaft. Also, das soziale Umfeld in der Gesellschaft, in der ihr aufwächst, Schulsystem, Bildungssystem, alles das macht euch kleiner und macht euch letztendlich zu einem, mach mal weiter, zu einem N. Und N steht für normal. Ja, es geht ja immer darum, dass alle normal sind. Ja, das ist normal, wenn man das so macht. Und ja, auch die Schule macht letztendlich ganz viele normale Menschen. Und nur die, die sich wirklich anstrengen, die schaffen so aus diesem normal rauszukommen. Auch in der Gesellschaft, es geht immer um normal. Leider. Aber das wirkliche Potenzial findet außerhalb von normal statt. Außerhalb von dem, was wir aufgedrückt bekommen haben, sowohl von der Erziehung, als auch von der Gesellschaft. Und das ist jetzt hier auch gar nicht, bitte aufpassen, das ist nicht negativ gemeint. Das ist auch nicht böse gemeint. Das ist einfach, es sind einfach nur Fakten. Die sind neutral. Wie ich schon mal in einem Video erklärt habe, machen wir durch unsere Meinung über Dinge erst Dinge positiv oder negativ. Also, was immer jetzt jemand über Erziehung denkt, sagt der eventuell, oh, meine Erziehung war aber ganz toll und war alles okay, verstehe jetzt gar nicht, warum mich das kleiner macht. Ein anderer sagt vielleicht, oh, ja, genau, Erziehung, Scheißdreck und so weiter. Also, seht das bitte, die Punkte, als neutral an. Das ist einfach ein Umfeld, in dem ihr aufgewachsen seid. Es ist wichtig, sich einfach die Sachen bewusst zu machen. Und jetzt auch frei von den eigenen Wertungen, weil die formen ja dann schon wieder. Und auch die Erziehung hat es ja eventuell nur gut gemeint, weil das E entstand ja auch wieder aus so einer Geschichte. Wichtig ist, sich dieser Sache bewusst zu werden, um dann durch, und darum geht es ja in der Persönlichkeitsentwicklung, zu wachsen und wieder ihr selbst zu sein. Das heißt, euer Potenzial wieder zu entwickeln, damit ihr das auch vollkommen leben könnt. Und dazu gehört es einfach, an sich selbst zu arbeiten. Und das ist so ein wichtiger Schritt, so was für das Leben für euch, wo ihr merkt, dann könnt ihr glücklich werden. Ihr könnt wirklich das Leben leben, wovon ihr geträumt habt, wenn ihr anfangt, euch zu entwickeln. Und bitte, das hier ist ein Prozess, das ist nicht wie, schalte ein und ich bin jetzt in meinem vollen Potenzial. Das dauert, weil ihr werdet hier auf diesem Weg immer wieder an Grenzen stoßen. Ihr stoßt immer wieder an eine Grenze, die es dann gilt zu überwinden. Weil diese Grenze kommt natürlich aus den Bereichen. Ja, das heißt, ihr wollt einen Schritt gehen und stoßt auf einmal selbst auf Überzeugungen, wo ihr sagt, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht funktionieren. Oder das ist ja sehr gewagt, die Theorie. Warum glauben wir denn, dass Theorien sehr gewagt sind? Weil sie nicht in unser Glaubenssystem reinpassen. Immer wenn irgendwas nicht in unser Glaubenssystem reinpasst und dieses Glaubenssystem kommt hier draus, dann sagen wir, das kann ja nicht sein. Oder, was ein Quatsch, was willst du mir da erzählen? Und so als Aufgabe aus diesem Video heraus, als Aufgabe für euch, beobachtet euch im Alltag, wann immer ihr über eine Sache, die ihr hört, mitbekommt, denkt, das kann ja nicht sein, das ist ja Quatsch. Oder, äh, wo ihr merkt, das, äh, schreibt das auf, merkt das euch und schaut mal, was das mit eurem Glaubenssystem zu tun hat. Was glaubt ihr über diese Sache? Also wenn irgendjemand was über eine Sache erzählt und ihr merkt, oh, ja, ist ja Quatsch, merkt euch das, nehmt euch zu Hause mal Zeit und überlegt, was denke ich über diese Sache? Und dann werdet ihr feststellen, dass wenn ihr euch so ein paar Sachen aufschreibt, was ihr über die Sache denkt, dass das ein sehr fest geformter Bereich ist und dass natürlich dann von außen da erstmal neue Sachen keinen Platz haben. Das Problem ist, wenn von außen keine neuen Sachen reinkommen können, weil wir der Überzeugung sind, dass die ja Quatsch sind, dann können wir nicht wachsen. Wir lassen dann von außen keinen Input mehr zu. Das kennt ihr vielleicht auch von Menschen, die dermaßen verbohrt sind. Da könnt ihr reden, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die haben ihre Meinung und die kommen da auch nicht mehr raus. Irgendwie auch okay. Wenn derjenige sagt, hey, ich bin so glücklich und ich möchte genau so leben, dann ist das auch okay. Es geht ja nicht darum, dass sich jeder verändern muss. Wenn ihr aber spürt, dass ihr was verändern wollt, wenn ihr merkt, hey, da gibt es mehr für mich, ich will irgendwie das, wie es jetzt ist, kann es nicht sein und soll es nicht sein, weil ich mich so nicht 100% gut fühle, dann gilt es, genau diese Grenzen herauszufinden. Okay, das war es schon für heute. Also bleibt aufmerksam im Alltag, wenn euch Dinge begegnen, wo ihr merkt, merkt sie euch, dann kommt ihr so ein bisschen euren Glaubensmustern auch auf die Schliche. Und in dem Sinne, bleibt achtsam bei dem, was ihr tut und habt vor allem Spaß dabei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.